Herr Kai Sudmann, Rechtsanwalt aus Hamburg, von der H&S, Hansi-Artig-Liegel, Rechtsanwaltsaktiengesellschaft. Wir sind eine der ganz wenigen Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland, die als Aktiengesellschaft aufgestellt sind. Es gibt in Hamburg nur zwei, in ganz Deutschland 20. Wenn man sich überlegt, dass es 162.000 Anwälte in Deutschland gibt, ist das schon ein Novum und auch eine Seltenheit. Wir sind aufgestellt für den Mittelstand, für den deutschen Mittelstand, bieten dort alles rund um das Vermögen eines mittelständischen Unternehmens an Rechtsberatung an. Von Arbeitsrecht über Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, selbst erbrechtliche Themen decken wir ab und können so einen mittelständischen Unternehmer komplett in seiner Entwicklung begleiten. Liegt auch daran, dass wir alle selber auch aus Unternehmen kommen, selber auch Unternehmen geleitet haben, insofern auch den Mittelstand kennen, also selber aus eigener Anschauung. Ja, weil wir wissen, was ein Unternehmer braucht und auch genau zuhören, hinhören, wo drückt der Schuh denn gerade und dafür dann auch die passenden Lösungen erarbeiten. Und zwar so erarbeiten, dass sie eben handhabbar sind und dass man dann sie auch gut umsetzen kann und gleichzeitig auch zu einem angemessenen Preis. Und zwar auf jeden Fall. Gut. Aufという